Ein ranziges Hallo. I'm sorry, aber das Video ist ein bisschen kürzer geworden als sonst, aufgrund dessen, dass ich während des Videos krank war und auch immer noch krank bin und demnach konnte ich nicht noch mehr Content aufnehmen für das Video. Aber es sind trotzdem viele lustige Dinge passiert, die ich ganz gerne geschnitten haben wollte. Deswegen dachte ich mir, komm, ja, sechs Minuten lade ich trotzdem hoch. Daumen nach oben, würde mich übelst freuen und ein Kommentar auch. Ihr wisst ja, Futter für den Algorithmus und nun viel Spaß. Also, okay, irgendjemand hat die Bank ausgeraubt und haut jetzt gerade ab. Ich bin das gesetzt und muss den Dude stoppen. But don't trash your car? Im Ernst jetzt? Also, trash your car heißt ja nicht crash your car. So, moin. Los geht's. Jetzt pass auf hier, bitte, guck. Aha, jetzt scheint er weiter zu fahren. Okay. Okay. Bleib stehen, du Verbrecher. Meine Nase läuft. Oha. Aua. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Uh. Oh, alter. Achtung, Polizei. Bleiben sie stehen. Und zwar jetzt. Am besten, bitte. Oh, oh, oh. Oh, oh. Uh. Okay, geht wieder. Kein Problem. Hat der Nitro aktiviert, oder was? Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh. Nein, fange ich. Oh. Scheiße. Ich glaube, ich glaube, ich habe mir einen Checkpoint. Zwei von... Wow. Zwei von drei. Wo ist denn der? Alter, da war mal eine Radkappe weg. Hat der Wagen nicht eigentlich Felgen drauf? No. Oh. 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 Hey. Hey, Sie. Bleiben Sie stehen. Ich bin erkältet. Ich wollte eigentlich... What the fuck? ...nur ein paar Medikamente organisieren fahren. Uh. 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 Einfach ein paar random Altmännergeräusche rein. Uh. Uh. Junge, warum ist der so schnell? Warum bin ich so scheiße? Gleich ist es so weit, Junge. Da kick ich dich in das Wasser rein. Hör mal. Du bleibst jetzt aber sofort stehen bleibste. Du Arsch. Hey. 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 Aua. Uh. Jetzt trick ich dich. Keine Heimsachen. Das muss krachen. Ich hab mal auf Drift umgestellt. Nein. Das gibt's nicht. Das gibt's nicht. Aber die Idee war gut. Nochmal. Bam. Was? Der fährt einfach weiter. Ey. Jetzt reicht's mir, Junge. Der ist einfach sofort wieder auf Geschwindigkeit. Als hätte ich ihn gar nicht gerammt. Was ist denn das für eine Scheiße? Ah. Rutschig. Ah. Ah. Cool. Hey. Das hat Spaß gemacht. Machen wir's nochmal. Ah. Ah. Doch nicht so früh. Ha. Oh. Ich nehm ne Abkürzung. Das ist alles geplant. Oh fuck. Im Tunnel krieg ich dich, Junge. Boah. Das ist nur kurz. Ich hab nichts gesagt. Ich weiß nicht, wo das hier lang geht. Oh. Boah. Okay. 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 Kein Problem. Das ist schon wirklich. Das ist schon sehr. Sehr belastend. Ich schrack dir jetzt hier oben direkt weg, Junge. Bam. Ja. Nein. Ich kotze. Mann. Ja. Boah, Junge. Halt doch die Schnauze. Stopp. Ach komm, klar jetzt, Mann. Ja. Ja, vielleicht muss ich einfach nur verfolgen. Da steht ja auch Checkpoint 0 von 2. Vielleicht muss ich ihn einfach nur bis durch die Checkpoints verfolgen. Oder vielleicht darf ich ihn noch erst nach diesen Checkpoints rammen. So von der Insel runter. So, das macht mehr Sinn. Vielleicht ramme ich ihn noch einfach viel zu früh. Alarm. Fuck. Ich kotze. Ich kotze. Ich hab noch einen Schluck Kaffee. Das ist gut für den Blutdruck. Ich möchte nicht drüber reden. .